Mein lieber Gary, Ihre Meinung kann ich absolut nicht teilen. Sie sagen, der schwarze Mann ist wie ein wilder Bär. Nicht besonders intelligent und nur dann gefährlich, wenn er verletzt ist. Aber lassen Sie sich sagen, der schwarze Mann ist der wahre König des Dschungels. Ich kann es Ihnen beweisen. Die schwarze Haut ist eine natürliche Tarnung. Er kann sich Waffen machen aus jedem kleinen Stück Holz. Er ist gelenkig wie ein Affe. Er weiß praktisch alles über den weißen Mann und kann im Voraus ahnen, was er tun wird. Der schwarze Mann ist das einzige Lebewesen, das auch unter Wasser schwimmen kann. Er springt von Ast zu Ast, überquert breite Felsspalten und rennt durch die Savanne. Ich kann Ihnen diesmal wirklich nur gratulieren, mein lieber Gary. Unser Jagdtier ist diesmal wirklich perfekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017